Vor der Helle, oh yeah! Jo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Case-Auptial-Kanal. Achso, ich dachte, du hast schon geöffnet. Nein! Ich dachte, du sagst 321 so geöffnet ist. Hallo! Nein, nein, nein. Ich mach gleich. Und zwar, wie ihr seht, ich hab hier ganz viele Cases. Ja, und die werde ich jetzt wieder öffnen. Und ich guck in sein Inf. Er guckt in mein Inf. Ich hab grad nen kleinen Test-Free gemacht. Läuft alles perfekt. Und ich muss euch sagen, morgen kommt ein 24-Stream. 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 Das war ich werde streamen und ProPen wird streamen. Ungefähr von Mittags, von Freitag bis Mittags, Samstag. Oder vielleicht auch gegen Abend noch ein bisschen. Wie wir so Bock haben, weil wir ja beide davor noch Schule haben, wird das extrem schwer bestimmt in der Nacht für uns. Aber ich denke mal, das schaffen wir schon. Weil dann das eh langes Wochenende, das heißt 3 Tage durchschlafen. Ja, ist so. Ein Tag durchzocken und 3 Tage durchschlafen, Alter. Ja, und ich hab auch noch Mutakonizag frei. Hattest du ja auch. Und ja, okay. Ich öffne jetzt. Was soll ich anfangen? Mit Operation oder Chroma? Mach ein Chroma in Phoenix. Okay. Was soll ich anfangen? Ich bin in meinen... Äh... Denkst du an mit Phoenix. Phoenix Brick. Okay. Getrim 8 spielt. Assetto Crosa steht bei mir. Okay. 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 Es kann... eine AWP Asimov drin sein. Okay. Dum 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 t dump num。 LOL. Eine Stat track. Nice! Okay fängt schon mal geil an mit einer Stat track. Um P5 . Aber die ist... Oh mein Gott, die hat die das noch... Kampffspuren. Kampffspuren, das seh ich direkt. Die krieg ich nicht Augencremes bei der Buche. Wie geil, eine Stat-Track, nice. Egal. Der erste Stat-Track, den du gezogen hast. Ne, das ist die zweite. Die erste war ja die Galil. Galil? Ja, aber das... Ach ja, ich hab auch eine Stat-Track Galil. Ja, die hast du auch. Das ist die gleiche, ne? Minimalspuren, wie ich. Nein, ich hab ne Minimal-Uhr, haha. Ja, ist ja Minimalspur. Okay, jetzt... Chroma. So, okay, drei, zwei, eins. Go. Dum 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 dum. Die jetzt die letzte Waffe der Welt, haha. Nice! Für den Terroristen hab ich jetzt auch ne Negev mitgegeben. Das ist keine Negev. Das ist Factory New, glaub ich, oder? Nein, Minimalspuren. Ohh, schade. Ey, aber... Aber du kannst schon direkt das Item sehen, obwohl bei mir noch... das Ding da springt, also bitte sag nichts, okay? Jaja. Weil, das ist ein bisschen kacke. Sauerisch. Weil du, du wusstest schon 3 Sekunden früher, was ich gezogen hab. Ich dachte, ich bekomme noch die andere Waffe. Okay. Aber die Terrors haben auch ne Negev, ne? Ja, das ist diese M246 wie jetzt. Ja, aber die haben auch ne Negev. Ne, die Negev haben ja doch die CT. Nein, beide. Aber die heißt ja nicht Negev. Doch. Beide. Okay. Operation Phoenix. Und go. Dum 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 dum. Nein! So knapp an der USPS Guardian vorbei. Ey schon wieder an der OMP45. Kampfspur. Aber was ist denn die Kacke alter? Junge, öffne mal jetzt 2 Chroma hintereinander. Okay. Jetzt kommt wieder Chroma. Einmal Chroma. Nein! Schon wieder so knapp an der Desert Eagle Naga. auch mann einsatz erprobt aber nicht so aus machen wir machen noch eine chrome auf in einer folge dieses bocken schulen grotto die habe ich auch ich habe der war mit der einsatz erprobt was ist mit dir ok jetzt wieder phoenix 321 go oh meine hassen war falsch aber wenigstens factory new human ja und die ist nicht viel wert oder okay noch zwei kisten was soll ich erst öffnen egal ist deine entscheidung ist mir egal operation phoenix 321 eins nein nice technische anstom aber ich habe die einzige die finde ich irgendwie auch geil die eisek finde ich eiskalt besser ok meine letzte kiste die ich öffne oh shit in 321 in der kiste in der mene meck und du bist weg ok die nehme ich 321 als bitte bitte oh mein gott oh nein ich habe die gleiche ich habe 20 euro aus dem fenster geschmissen das kann doch nicht sein so eine kacke ich habe keine einzige gute waffe gezogen das ist echt traurig ich möchte nur anmerken diese vier waffen da noch gehören mir die unter ja du schuldest mir noch die vier waffen die zwei mp7 und die da die welche noch was hatten die für einen wert ja mini malware alter was soll die kacke alter warte mal welche waren noch mal meine ja meine war die nice 2000 ivory oder oder mhm 2000 ivory war meine ja fabrik neu mp7 urbahn hazard die ssg 08 albis und die urbahn hazard kampfspurne ok ich habe jetzt noch einmal kurz diese dinge da dieser anarchist und so umgewandelt ich eingeladen also wie viel ist die da wert welche tech nein bestimmt richtig kacke ja 10 cent nice nur scheiße gezogen gibt es skins für 2 cent nein ich glaube das niedrigste ist 4 achja stimmt sonst würde ich ja gar nichts bekommen ja doch du kannst für 1 cent verkaufen und du musst es dann für 3 cent kaufen ich glaube das ist das niedrigste aber keiner verkauft was für 1 cent ich glaube wir haben 2 geht das erst ok hier seht ihr nochmal alle meine skins meine sind besser die sind jetzt nicht die geilsten also auf den skins ja guck mal in meinen inventar dann könnt ihr auch mal ja 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 das ist go profile c profile so gucken wir mal dein inventar an ja 1 2 warte mal ich habe 4 stattracks ich habe auch noch eine stattrack gezogen wie viel wert ist die eigentlich meine stattrack warte ich guck mal welche hast du denn die stattrack um p45 stattrack um p45 ist 10 cent oh shit 20 cent ne 21 was die stattrack 23 cent welche ist das denn einsatz abrupt wo ist denn die ey welch hast du denn da corporal ne battlesguard battlesguard kampfspuren die mit den kampfspuren hat einfach 23 cent die kostet 24 cent oder 24 cent das ist doch die corporal ne ja bittchen alter die sieht einfach mit kampfspuren so scheiße aus aber ist immerhin eine stattrack und die m41s da ist cyrex alter oh mein go oh mein go ok kann ich sagen danke fürs zuschauen schaut auf jeden fall morgen im stream vorbei ich mache nochmal morgen eine kleine stream ankündigung von ungefähr einer minute dass der stream gleich anfangen wird und ja schaut beim profile vorbei vielleicht kommt noch irgendwas was eigentlich mit dem vlog hast du den hochgeladen ne ne vielleicht kommt er auch heute vielleicht lasst euch überraschen ich sagen bis morgen leute und have fun tschüss haha tschüss